In dem folgenden Video soll es um einige typische Beispiele für Berechnungen im Bereich der Maschinenkosten gehen. Wir haben schon eine Ausgangssituation. Wir haben also die Werte, die wir hier im rechten Bereich sehen. Wir haben auch einen Arbeitsauftrag, den wir erfüllen sollen, nämlich den folgenden 60% der Fertigungsgemeinkosten sind maschinenabhängig. Ermitteln Sie den tatsächlichen Restfertigungsgemeinkosten-Zuschlagsatz in Prozent. Das bedeutet, am Ende der Rechnung sollen wir sagen, wie hoch die Restfertigungsgemeinkosten in Prozent von den Fertigungslöhnen sind. Da verrate ich nicht zu viel. Nur die Restfertigungsgemeinkosten sind ein Prozentsatz der Fertigungslöhne. Die Maschinenkosten sind das nie. Die sind niemals ein Prozentsatz der Fertigungslöhne. Das muss man sich merken. Also das heißt, die 60% hier, die sind schon mal nicht ein 60% Wert von den Fertigungslöhnen. Aber gehen wir die Sache nach und nach Schritt für Schritt durch und gucken wir uns mal die Ausgangssituation an. Wir haben hier die Materialkosten schon fertig gegeben und wir haben die HKA. Und in einem ersten Schritt wollen wir jetzt ermitteln, wie hoch sind denn hier die Fertigungskosten. Und da sollte man sich überlegen, wie man die denn ermittelt. Das wäre jetzt also der erste Schritt. Ja, ich habe die Fertigungskosten mal eingeblendet. Das sind 885 Euro. Und die ermittelt man, indem man von den HKA, und die HKA sind ja die Summe aus Fertigungskosten und Materialkosten, indem man von den HKA die 115 Euro abzieht. Denn wenn Materialkosten plus Fertigungskosten die 1000 Euro sind, und wir haben diese beiden Werte hier gegeben, dann muss man doch von den 1000 die 115 abziehen, um zu sagen, die Summe hier im Fertigungsbereich, die müssen doch 885 Euro betragen, damit es eben dann am Ende auf 1000 Euro rauskommt. Und jetzt ist die Frage in einem nächsten Schritt, wie hoch sind denn hier die Maschinenkosten und die Restfertigungskosten zusammen? Denn einzeln werden wir sie in diesem Schritt noch nicht ermitteln können, sondern die Frage ist jetzt, wie hoch ist dieser Betrag hier insgesamt? Denn bei diesen beiden Werten, da handelt es sich um die Fertigungsgemeinkosten insgesamt. Und das wollen wir jetzt in einem nächsten Schritt ermitteln. Jetzt habe ich hier eingeblendet, wie die Rechnung funktioniert. Wenn wir wissen, dass die Summe hier im Fertigungsbereich 885 Euro sind und wir haben folgende Werte schon gegeben, Sondereinzelkosten der Fertigung und Fertigungslöhne, dann müssen wir diese beiden Werte doch von den 885 abziehen. Dann wissen wir, dass diese beiden Werte Marko- und Restfertigungsgemeinkosten zusammen 600 Euro sein müssen. Und da haben wir jetzt erst einen Teilschritt erledigt, denn in einem nächsten müssen wir natürlich jetzt aufdröseln, wie viel von diesen 600 Euro gehören denn zu den Maschinenkosten, zu den Marko, und wie viele gehören zu den Restfertigungsgemeinkosten. Und überlegen Sie gerne mal mit, da ist jetzt der Prozentwert, den wir oben links gegeben haben, die 60 Prozent, ganz wichtig. Und jetzt versuchen Sie vielleicht selber mal herauszufinden, wie hoch sind denn Marko- und Restfertigungsgemeinkosten. Und auch das blende ich natürlich wieder ein. Immer wenn gegeben ist, dass 60 Prozent der Fertigungsgemeinkosten maschinenabhängig sind, bedeutet das nichts anderes als, wenn wir die Summe aus beiden Werten haben, dann sind 60 Prozent davon eben die Maschinenkosten. Und 60 Prozent von den 600, die wir in dem vorherigen Schritt ermittelt haben, sind 360 Euro. Und dann wissen wir doch, 360 Euro sind Maschinenkosten. Und dann müssen wir nur noch als Differenz die Restfertigungsgemeinkosten errechnen. 360 müssen wir also mit den 600 verrechnen. Dann wissen wir, dass 240 Euro jetzt die Restfertigungsgemeinkosten sind. Beide Werte haben wir ermittelt und können wir eintragen. Und jetzt ist es recht einfach. Wir sollen ja den Restfertigungsgemeinkostenzuschlagsatz berechnen. Das ist der Prozentsatz von den Fertigungslöhnen. Das ist eine einfache Prozentrechnung. Würde ich Ihnen jetzt auch empfehlen, das schnell mal in den Taschenrechner einzuchippen und zu schauen, ob Sie das hinbekommen. Ja, ich blende es auch wieder ein, das sind 120 Prozent. Das heißt also 240 Euro prozentual gesehen zu 200 Euro sind 120 Prozent. Und damit haben wir diesen ersten Auftrag hier erfüllt. Machen wir einen Folgearbeitsauftrag. Auch das ist ein Klassiker. Welche Zeit in Minuten benötigt das Produkt auf der Maschine, wenn sich der Maschinenstundensatz auf 1.800 Euro beläuft? Also wir wissen, dass eine Maschinenstunde 1.800 Euro kostet. Und jetzt müssen wir eine Annahme machen, weil das ist ja eigentlich die Gesamtkalkulation. Solche Arbeitsaufträge gibt es dann eher in den Stückkalkulationen. Und deswegen müssen wir jetzt hier mal die Annahme machen, dass wir hier in der Kalkulation lediglich von einem Stück sprechen. Also das heißt, die Maschinenkosten von 360 Euro, die beziehen sich nur auf ein einziges Stück. Normalerweise würden Sie so einen Arbeitsauftrag in der Stückkalkulation bekommen, aber es ist natürlich das Gleiche, wenn wir jetzt sagen, die 360 Euro sind ein Stück. Dann wissen wir, ein Stück verursacht Kosten von 360 Euro auf der Maschine und 1.800 Euro kostet die Maschine in einer Stunde. Und jetzt müssen wir schauen, wie viele Minuten sind das denn? Denn offensichtlich ist es ja keine ganze Stunde, sonst würde hier ja 1.800 Euro stehen. Es sind aber nur 360 Euro. Und jetzt können Sie mal mit Ihrem Taschenrechner hantieren und schauen, wie viele Minuten müssen das sein, wenn dieses eine Stück 360 Euro verursacht, wenn eine Stunde 1.800 Euro kostet. Machen wir die Rechnung dazu. Ich habe jetzt erstmal geschaut, wie viel Prozent sind denn 360 Euro von 1.800 Euro? Und das sind doch 20 Prozent. Und das bedeutet doch in der Folge, dass dieses Produkt, das wir da herstellen, 20 Prozent einer Stunde in Zeit braucht, wenn es 20 Prozent von 1.800 Euro verursacht an Geld. Und wenn wir 20 Prozent von den 60 Minuten nehmen, dann wissen wir also, dass dieses Produkt 12 Minuten auf einer Maschine braucht. Und das kann man auch nochmal sozusagen Probe kalkulieren. Wenn man die 12 mal 5 nimmt, dann hätten wir doch eine Stunde voll. Und wenn wir 360 mal 5 nehmen, dann kommen wir auch auf die 1.800 Euro. Das passt also. Wir haben jetzt hier also zwei typische Beispiele für Maschinenkosten jetzt mal durchgerechnet.